So, Nima, meinst du, das Outfit ist passend? Hm, schauen wir mal, was wir daraus machen können. Wir wollen ja auch, dass die Leute viel auf deine Videos klicken, oder? Eben drum. Na dann, posier mal eine Runde. Wie wär's denn mit noch ein bisschen Weihnachtsdeko im Hintergrund? So, für den richtigen Flair. Stimmt, gute Idee. Max, mach schnell, ich werd nach Stunden bezahlt. Ja, Kunst ist teuer, ist ja richtig so. Ja, mega geil mit der Weihnachtsdeko, sieht richtig geil aus, dann lass uns weitermachen. Weißt du, Max, ich hab das Gefühl, da fehlt irgendwas. Oh, ach ja? Was meinst du damit? Naja, das mit dem Kostüm und so ist schon alles okay, aber da fehlt ja gewisse Sexappeal. Setz deinen Sexappeal ein, aber was soll ich denn machen? Keine Sorge, Max, ich hab da genau das Richtige für dich. Zieh einfach das hier an. Okay. Das ist doch nicht dein Ernst! Oh Gott, das Kleidchen steht dir super. Nina! Los, jetzt Pause! Weißt du, Max, wenn jetzt noch die Hose fehlen würde... Nein!